Heute mit Christina zur Mühlen. Herzlich willkommen bei NANO. Das sind heute unsere Themen. Der Ölpreis ist zurzeit so niedrig wie zuletzt vor gut 10 Jahren. Im Januar ist er noch mal richtig eingebrochen. Derzeit liefern sich ja die Ölstaaten und die Ölunternehmen einen ruinösen Preiswettbewerb. Und man fragt sich, wer den längeren Atem hat. NANO versucht, ein wenig Licht in dieses komplexe, politisch-ökonomische System zu bringen. Für uns Verbraucher ist das natürlich ein Problem. Denn beim Einkaufen im Supermarkt sieht man der Verpackung nicht an, ob sich Chemikalien durchlässt oder nicht. Besonders anfällig dafür sind übrigens trockene oder sehr lang haltbare Lebensmittel. Bei Tiefkühlprodukten müssen wir uns weniger Sorgen machen. Weitere Informationen und aktuelle Studien zu den Problemen finden Sie bei uns im Internet auf nano.de. Heute hat der BUND den Waldreport 2016 vorgestellt. Er zeigt, welche Waldgebiete zerstört und welche geschützt werden. Ein großer Kritikpunkt ist, dass wegen der intensiven Forstwirtschaft auch viel Totholz weggeräumt wird. Dabei ist das wertvoller Lebensraum für viele Arten. Warum unberührte Wälder für die Natur so notwendig sind, kann man in Nationalparks wie dem Bayerischen Wald gut nachvollziehen. Die Bundesregierung hat jetzt ein Wildnis-Ziel ausgerufen. Bis zum Jahr 2020 sollen 5% der Waldfläche in Deutschland wieder zu unberührter Wildnis werden. Ob das Sinn macht, darüber wird natürlich heftig diskutiert. Umweltschützer sagen, ja logisch geht das. Die Holz- und die Forstwürter sind dagegen der Meinung, dass es nicht möglich ist, einfach so auf solche großen Holzmengen zu verzichten. An diesen pauschalen 5% mehr Wildnis stören sich auch manche Wissenschaftler. Ihrer Meinung nach sollte man vor allem die besonders alten und einzigartigen Wälder schützen. Für uns Erholungssuchende ist echte Wildnis auf jeden Fall ein Genuss. Und der Wildnis-Erlebniswert ist auch im Waldreport 2016 ein Kriterium für die Bewertung der Waldgebiete. Jetzt geht es mit dem Nano-Rätsel weiter. Das von letzter Woche, das lösen wir jetzt auf. Und die richtige Antwort hat uns auch Annette Alexandra Boulano geschickt. Und sie bekommt von uns eine Dreisat-Tasche. Herzlichen Glückwunsch, viel Freude damit. Und für alle anderen gibt es jetzt natürlich wieder eine neue Chance. Hier ist unser neues Nano-Rätsel. Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns. Entweder per Post an ZDF-3-SAT. Kennwort Nano-Rätsel in 551-5-Mainz. Schneller geht es online auf nano.de. Ein Sendeschluss ist der kommende Montag. Viel Glück. Und damit verabschiede ich mich für heute und für diese Woche und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss. 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 Tschüss.